Musik 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 Und damit, meine Leute, herzlich willkommen zum 15. Part von einmal noch höher geht auf und ich würde sagen, wir labern noch nicht so viel und starten einfach direkt mit Ronaldo vs. Messi. 2,7 2,8 2,9 2,12 2,11 2,12 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 4,15 4,15 4,15 5,15 5,15 5,15 5,16 6,19 6,19 4,15 6,19 8,19 Also ich finde persönlich noch viel besser. Schreibt mal in den Kommentaren, wen ihr besser findet. Hä? Als ob der tot ist? Hä? Ronaldos Best Goal in Ever gegen Portugal. Ja, der Freistoß gegen Spanien. Na ja, Madrid, der Fahrer ist wieder gegen die Wände. Wie wettest du dieser Kopf da, wo er irgendwie 3 Meter gefüllt hoch ist? Zahnreinigung 2 im Platz. Also gar kein Ding. 15 Days Before Exams. One Day Before Exams. 1 zu 1 so. Oh, du Katze. Hä? Oha. So ein Aquarium? Kein Aquarium, sondern so ein... Keine Ahnung, ist jetzt auch egal. Hä? Ultimate Pool. Ich war auf der AIDA. Die hatten da zwar kein Ultimate Pool, weiß auch nicht was das ist. Die hatten da einen Infinity Pool, also auf der AIDA Cosmo. Da war ich da schön von Barcelona bis nach Barcelona. Und die hatten da so ein Infinity Pool, das war mega geil. Also das ist jetzt nicht gesponsert von AIDA Cosmo, aber das war halt geil da auch. Oha, meine Kuckuckuck. Viel Spaß beim Hören. Also diese Lieder, die an Falschaus geht. Oder Kuckuck. Da. Huh? Mr. Krabs? Oha. Duck is the only animal. Huh? Du auch nie löst von Person. Da ja auch noch. Nuh, stimmt nicht. Kann man das nicht sein? Die Brust tut sich so wach. Wisst ihr, woran der gestorben ist? Halt es mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Me und mein Bruder walken. Pupil running. Warum ist er immer noch nicht? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was? Was soll wir tun? Als ob. Nokia kann alles überleben. Wurste ich doch, dass ich praktisch so wie zu sehr ein Nokia einzupacken. Da hätte ich mein. Ich hab' mein Finger verstaucht. Irgendwann einfach so zack verstaucht. Also ich weiß nicht mehr, ob der verstaucht ist, aber kann gut sein. Ters woke up. Und wer hat das ganze Zeit auf der Bank gefühlt? Ronaldo. Ronaldo. Und wer habt ihr denn gewonnen? Nessie. Was? Ja. Dich. Ters. 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 und fort und 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 ich bin verstört Es ist auch einfach so komplett automatisch. 2. Top-GIGA-Shet von 4. Super-GIGA-Shet von 10%. Entfernung dieser Shet von 20%. Dick Mint 50% Infinity Gigaset 50% Cosmic Gigaset 100% Reals Reals Ooooooh Moments before yourself What did you do In your eyes Minute 20th In the world Hehehehe 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 German No way Hehehehe Hehehehe Das war's dann auch mit den Kollegen und das war's auch schon wieder mit dem Video. Mal eine schnelle Runde. Hehehehe Und damit würde ich sagen, schau Leute, haut rein! Und abonnieren und liken nicht vergessen für mehr und die Glocke aktivieren.